Yo Leute, was geht? Freunde, Siren Head wird uns heute verfolgen, allerdings nicht in GTA 5, sondern Freunde, in Minecraft. Leute, da bin ich auf jeden Fall hier, seht ihr meinen eigenen Minecraft-Skin und heute werden wir nämlich das Siren Head Spiel spielen. Und zwar ist Siren Head heute hier ein bisschen anders, Freunde. Er sieht nämlich aus wie eine Art Jukebox, wie ihr es aus Minecraft normalerweise kennt. Und ja Leute, wir sind auf jeden Fall hier und wir werden heute versuchen von Siren Head zu entkommen in einer riesigen Welt. Und Leute, ich brauche auf jeden Fall in diesem Video besonders Support von euch. Freunde, wenn ihr auf jeden Fall das ein oder andere mehr Minecraft-Video haben wollt, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da, Freunde. Das ist bei diesem Video wichtiger denn je, Freunde. Deswegen jetzt besonders, wo viel jetzt um Minecraft der Hype ist, dachte ich mir, wenn ihr Bock habt, könnte ich auf jeden Fall mehr Minecraft-Videos machen, zusätzlich zu den GTA-Videos. Also Leute, lasst jetzt einen Like da und wir könnten zum Beispiel auch SCPs suchen und so weiter. Aber ich würde sagen, wir gehen rein, Freunde. Und let's go. So, da wären wir, Freunde. Kickstart the Generator. Okay, wir sollen vier Kanister finden und da hinten ist, glaube ich, sogar eine Map, Leute. Und irgendwo hier auf dieser Map ist Siren Head. Okay, dann würde ich sagen, Leute, wir nehmen erstmal hier ganz entspannt unsere Taschenlampe. Und ich weiß gar nicht, ob er von dieser Taschenlampe auch uns leichter entdecken kann. Aber bisher scheint irgendwie alles ganz normal zu sein. Ist Siren Head hier in der Nähe? Also ich sehe noch nichts, Freunde. Wir gucken erstmal in diesem Haus. Und wow, haben wir hier sogar ein Fahrrad oder so? Können wir da draufsteigen? Ich weiß jetzt nicht, Leute. Wir müssen mal nachgucken. Oh mein Gott, was? Yoho! Ich kann einfach mit diesem Fahrrad fahren. Oh, Alter, das ist ja übelst geil. Okay. Warte, ich dachte... Das war ich, Leute. Das Geräusch war ich. Okay. So, dann gehen wir mal hier rein, Freunde. Und machen die Tür zu. Und was sind das für Bilder von den Leuten da? Okay. Oh! Oh mein Gott! Oh, da ist er, Leute! Hilfe, 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 Hilfe! Oh, geht die Tür denn nicht zu? Oh, ist die Tür jetzt auf einmal verschwunden? Oh nein, Siren ist da! Siren ist da! Okay, da kam aber ziemlich plötzlich, Leute. Ah, hier in der Truhe ist nichts. Oh mein Gott, der ist direkt vor mir, Leute. Ich komme hier nicht mehr raus. Kann ich hier irgendwas abbauen? Warte mal kurz. Ich habe die Türwelt mitgenommen. Nee, nee, nee. Oh Gott. Oh Gott, no! Ich wurde... Das läuft ja schon mal super. Okay, Leute. Also wir wissen, Siren Head One hittet uns. Wir müssen vier Generatoren oder vier Benzinkanister finden. Die werde ich dann einfach mal suchen. Und ich kenne mich nicht so perfekt aus. Ich weiß also nicht, was ich hier mit den ganzen Sachen machen kann. Abbauen kann ich hier soweit nichts, Leute. Aber ja, wir haben hier auf jeden Fall die Map. Und da sind vier verschiedene Orte. Der Ausgang wäre dort. Okay, also wir müssen dieses Auto mit Benzin betanken. Und in diesem Haus habe ich soweit nichts gesehen. Das Ding ist, wenn Siren Head uns sieht, dann sollte ich mich definitiv nicht in Häusern aufhalten. Also schauen wir uns erst mal um, Leute. Und wenn Siren Head hier irgendwo ist, dann laufe ich einfach weit weg. Vielleicht wäre es schlauer, hier dieses Fahrrad mitzunehmen. Steigen wir einfach mal auf, Leute. So, okay. Oh oh. Nein! Ich habe es kaputt gemacht. Warte. Reparieren. Wo ist er? Wo ist er? Steig auf. Steig auf. Wie geht das nochmal? Ich habe es vergessen. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Fahr, 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 fahr. Oh mein Gott, Alter. Siren Head, Bruder. Alter, der ist hinter mir her. Hilfe. Der ist hinter mir her. Fahr schneller, fahr schneller, fahr schneller, fahr schneller. Alter, das ist schon ziemlich gruselig, Leute. Real Talk. Na ja, egal. Wir fahren erst mal ganz entspannt, Leute. Ich mache mal hier mein Licht an. Und dann laufen wir erst mal hier entspannt. Alter, der ist ja überall. Der ist ja richtig laut. Gut. Okay, okay. So, ich glaube, wir sind hier erst mal safe. Wir sind wahrscheinlich auf eine gute Distanz von ihm entkommen. Dann versuchen wir mal hier herauszufinden, wo sich die Benzintanks befinden könnten. Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Bisher ist er, er kam von da, Leute. Er kam von da. Junge, Alter, ich habe nie gedacht, dass Minecraft auch so gruselig sein kann. Na ja, dann laufen wir mal eben in diese Stadt. Da scheint Siren Head noch nicht zu sein. Vielleicht finden wir den ein oder anderen Benzinkanister dort. Oh, da ist ein Lagerfeuer. Also, vielleicht haben wir dort ja ein bisschen bessere Chancen, irgendwas Wertvolles zu finden. Ah, was ist das? Ein Kartentisch? Nee, Karten brauche ich jetzt nicht. Ich brauche lieber gute Karten, damit ich hier einen Benzintank finden kann. Aber ihr habt hier keine Truhe für mich. Siren Head ist bisher hier immer noch nicht. Also gut, das ist nicht... Wow. Warum ist das abgebaut? So, ist hier was? Oh Mann, ey. Die haben hier gar nichts. Hm, vielleicht in den Gebäuden da hinten. Also, ich muss sagen, ich fühle mich hier relativ safe. Also, ich glaube nicht, dass Siren Head hier jetzt ganz entspannt stolz reinschleicht. Aber ich sollte das lieber nicht laut sagen, Leute. Das könnte ja überall sein. Ah, da ist ein Fass. Da könnten Sachen drin sein. Ich höre was. Dort von hinten kommt was. Es ist ganz leise, aber ich weiß, er ist bald in der Nähe. Er ist bald in der Nähe, Leute. So, wir sollten uns beeilen. Wir müssen gleich weg. Okay. Siren Head, du kriegst mich nicht, ja? Diesmal kriegst du mich nicht. Das sage ich dir. Warte mal, hier ist so ein Knopf. Was passiert denn, wenn ich da draufgehe? Passiert da irgendwas? Ah, nee. Da passiert gar nichts. Na gut. Hm. Wo könnten Benzinfässer sein? Vier Stück brauche ich, um das Auto zu reparieren. Warte, von hier kamen wir, glaube ich, ne? Also, hier ist eine Truhe. Okay, Reparatur-Kids. Die nehme ich mal mit. So. Oh, ja. Da ist ein Benzinkanister. Okay, geil. Wir haben einen gefunden, Freund. Oh mein Gott. Er ist hier. Lauf. Lauf. Okay, ist er immer noch hinter mir her? Oh, er ist direkt da. Er ist direkt da. Hilfe, Leute. Oh mein Gott. Nein. Du kriegst mich nicht, Alter. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Okay. Lauf. Lauf, 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 lauf. Warte, gibt es hier nicht irgendwo ein Fahrrad, was ich benutzen kann, damit ich schnell laufen kann? Oh, Mann, ey. Der ist so schnell. Ich hoffe nicht, dass er immer noch hinter mir her ist. Ist er noch da? Oh, ja. Er ist noch da, Leute. Er ist noch da. Er ist noch da. Okay, wir müssen irgendwie schaffen, von ihm zu entkommen. Oh, Mann, aber das ist so gruselig. Oh, nein, nein. Jetzt höre ich ihn. Jetzt höre ich ihn. Jetzt höre ich ihn. Ja, geil, geil, geil. Nice. 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 Very nice. Very, very nice. Oh, ich habe das Gefühl, hier war ich schon. Ich glaube... Oh, da ist er, Leute. Da ist Siren Head. Oh, nein, ey. Ich habe doch einen Benzinkanister schon aufgesammelt. Nein, bitte nicht. Siren Head, please. Ich glaube, ich bin in einer Sackgasse, Leute. Ich glaube, hier geht es nicht weiter für mich. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Nein. Nein, Siren Head. Nein. Nein, 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 nein. Hier ist eine unsichtbare Wand. Aber ich laufe weg. 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 Okay, okay. Ich glaube, Leute, wenn ich über die Büsche wegspringe, ich glaube, da steckt er kurz fest. Ich glaube nicht, dass er um die... Wir müssen das genau wie bei diesem Shrek-Video machen, Freunde. Dass wir inzwischen diese Bäume feststecken lassen. Ich drehe mich mal kurz um. Oh, der ist immer noch da. Mann, ey, Sirenet. Kannst du mal bitte ein bisschen langsamer machen, Bruder? Ich habe noch nicht alle Benzinkanister aufgesammelt. Wo ist eigentlich das Fahrrad, das ich benutzt habe? Es ist weg. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, Leute, jetzt mit der Taschenlampe rumzulaufen. Vielleicht sieht er das. Vielleicht alarmiert ihn das auch sogar. Oh, Mann, ist er noch nah dran. Ich gehe hier in diese Büsche, ich gehe in die Wälder. So, sind wir entkommen? Oh, ja, langsam sind wir entkommen, Freunde. Noch ein Stückchen, dann sind wir safe. Ich laufe mal da hinten hin. Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, da irgendwie durchzukommen. Aber das war mehr als knapp einfach. Da hinten ist ein Dorf. Vielleicht haben die ja einen Benzinkanister für uns. Oh, ja, hier war ich noch nicht. Hier sind solche Drähte. Oder ist das der Ausgang? Ich glaube, das ist der eigentliche Ausgang. Ich habe jetzt leider keine Map oder einen Kompass bei mir. Aber hier sollten wir dann mit dem Auto hinfahren. Okay, einfach der Straße lang folgen. Ich hoffe, dass Siren Head jetzt nicht gleich hier ist. Rusted Hills? Ist es da hinten? Rusted Hills? Ja, okay. Wenn Siren Head von der Seite aus gleich kommt, dann wird das ganz schön gefährlich, weil er sich sehr in der Nähe von mir aufhalten könnte. Okay, hier könnte er mich schnappen. Aber wir schauen mal nach. Naja, ich brauche jetzt gerade keine Werkbank. Oh, oh. Da hinten ist er. Nein, nein. Da hinten ist er, Leute. Da hinten ist er. Er ist da. Oh, warte. Er war gerade da hinten? Ich habe ihn gerade da hinten gesehen. Ist er gerade despawned? Oh, mein Gott. Ist das gruselig, Leute. Das Ding ist, wenn er mich schnappt, dann muss ich alles von vorne spielen. Ich höre was. Es kommt von hier. Er ist irgendwo hier. Warte, da ist das Auto. Rusted Hills. Wo sind wir bei Rusted Hills? Ach, nee. Oh, mein Gott. Der war hinter mir. Das gibt es nicht. Er war hinter mir. Oh, Mann. Muss ich das jetzt von vorne machen? Naja, okay. Jetzt weiß ich immerhin, wie das läuft, Leute. Wie der Hase läuft. Ich muss einfach Rundumblick haben. Einfach Rundumblick. Irgendwo schauen. Vielleicht haben die hier gewisse Truhen, wo ich ein bisschen was reparieren kann. So, aber damit bin ich deutlich schneller unterwegs, Leute. Wow, Alter. Das Teil ist schnell. Okay, das ist cool. Das. Okay, ich dachte, das geht gerade kaputt. Okay, wenn Sirenheit gleich kommt, Freunde, dann sind wir gerüstet. Ich müsste vielleicht das Radio aktivieren. Warte, warte, warte. Das warnt mich. Da ist ein Beziehenkernister. Nice. Okay, wir haben schon mal einen. Oh, der ist jetzt wirklich hier. Der ist jetzt wirklich hier. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Leute, ich sehe ihn nicht. Laufen wir? Hier, wir laufen, wir laufen. Rauf da, rauf und weg, rauf und weg. Wait. Da ist er, der ist doch da hinten. Oh, nein. Dreh dich um. Oh, da ist der Sirenheit. Nein, nein. Weg hier, weg, 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 weg. Okay, fahren wir jetzt nach rechts oder da liegt es? Wir fahren mal nach rechts, Leute. Wir fahren weg von ihm, weg von Sirenheit. Erstmal ein bisschen weg von Sirenheit. Vielleicht finden wir das ein oder andere Camp wie hier. Ganz entspannt. Haben die vielleicht hier. Oh, warte. Da ist eine Truhe. Die kann ich mal aufnehmen. Ah, die haben ein Reparaturkit. Also wenn mein... Oh, das Fahrrad ist kaputt. Na gut, reparieren wir das mal. Und jetzt haben wir schon den zweiten Benzinkanister. Cool. Okay. Da ist er. Oh, nein. Wie schnell war er bitte bei mir? Alter. Bro, das war doch einfach zu schnell. Das war einfach zu schnell. Der ist ja unbesiegbar. Der ist ja viel zu schwer zu besiegen. Oh, mein Gott. Also ich hoffe, dass die Benzinkanister genau an derselben Stelle sind, wo sie waren. Ich weiß nur eins. Ich glaube, ich sollte diese ganzen Radios nicht anmachen. Weil immer wenn ich Radio anmache, dann kommt er. Okay. Ich bleibe jetzt einfach auf meinem Fahrrad, Leute. Ich bleibe jetzt einfach auf meinem Fahrrad. Ist mir völlig egal. Der ist dort. Er ist dort. Da ist er. Oh, mein Gott. Da ist er. Hilfe. Hilfe. Nein. Mein Fahrrad ist kaputt. Mein Fahrrad ist kaputt. Sirenheit, please. Nein. 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 Oh, der ist da oben, Leute. Der ist da oben. Wo entscheidet er sich zu gehen? Geht er da lang? Kannst du auch durch die Wand laufen? Nee, kannst du nicht sein, Red, oder? Du kannst nicht durch die Wand laufen. Nicht wahr? Nee, das kann er nicht. Oh. Wo ist er jetzt? Ich glaube, er kommt von links. Kommt er von links oder von rechts? Er steckt dort fest. Er steckt dort fest. Sollen wir jetzt laufen? Sollen wir laufen? Sollen wir fahren? Sollen wir gehen? Sollen wir springen? Sollen wir... Ich glaube, wir machen einfach die Minecraft-Hacken. Wir springen einfach. Ich glaube, so geht es schneller. So geht es schneller. So. Och. Nö. Ist hinter mir. Der... Was? Der ist einfach gespawnt. Der ist einfach gespawnt. Alter. Junge. Wie schnell geht das, bitteschön? Gibt es hier denn niemanden, der überlebt hat? Dieser verrückte Wald. Ach, nee. Jetzt ist er noch hinter mir. Oh, da ist er. Da ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Simon, du kriegst mich nicht. Ich sag's dir eins. Du kriegst mich nicht, ja? So. Ich weiß nicht mehr, ob er da ist. Aber ich habe eine Tür. Kein Benzinkanister. Und ich muss es finden. Oh. Was ist das für ein Ort? Da ist ein Benzinkanister. Nice. Okay. Wir merken uns, Leute. Wir haben ein... Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alter, warum ist mein Puls so hoch? Also nicht in real life. Der ist gerade auch ziemlich hoch. Aber ich höre meinen Puls. Okay. Wir haben jetzt drei verschiedene Spots gefunden, wo wir Benzinkanister finden. Wir brauchen vier Stück. Ich weiß nicht, ob es vier Stück auf der Map insgesamt gibt. Oder ob diese vier Stück irgendwo verteilt sind. Ich weiß nur eins. Ich hoffe, Siren Head kann nicht schwimmen. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, okay. Alles klar. Ach, warte. So. Hier ist ein Radiotower. Wenn ich jetzt gefunden werde von ihm, Ja, dann weiß ich auch nicht, ob es war. Das war es dann wahrscheinlich, Leute. Dann sage ich Adieu. Das Ding ist, Leute, Siren Head ist hier in Minecraft sehr schwer zu erkennen. Er hat die gleiche Farbe wie die Bäume. Und von den Bäumen gibt es gerade nicht wenige. Ich meine, der hier, der sieht aus wie Siren Head. Puh. Wollt ihr, dass wir das Ganze auch mal in SCP machen, Freunde? Dass wir zur SCP Foundation gehen in Minecraft? Dann schreibt es mal in die Kommentare, dass ihr auch SCPs haben wollt. Aber mal SCP in die Kommentare. Und vor allem, welchen SCP sollen wir mal suchen? Hier müsste irgendwas sein. Hier müsste was sein. Nice, Leute. Zweiter Tank. Gut, dann habe ich schon mal zwei Stück gefunden, Leute. Sieht ganz gut aus. Ich glaube, bei dem Radiotower ist die normale Basecamp. Nein, da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht. Okay, schnell rein, schnell rein, schnell rein. Da ist der dritte Tank. Da ist der dritte Tank. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt geht es ins Wasser. Was soll ich tun? Soll ich reinspringen? Ich spring rein. Oh mein Gott. Ich hoffe, er kann nicht schwimmen. 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 Simon, kannst du schwimmen? Er kann schwimmen. Er kann schwimmen. Er kann schwimmen. Hilfe, Leute. Hilfe. Er wird aggressiver. Er wird immer aggressiver. Okay, wir brauchen nur noch einen Tank, Leute. Einen Tank. Dann haben wir es geschafft. Wo ist mein Fahrrad? Wo ist mein Fahrrad? Ich brauche mein Fahrrad. Ich kann nirgendwo entdecken, solange er immer nur hinter mir her ist. Ich glaube, es sieht gut aus. Es sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus. Okay. Ach nee. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Es sieht überhaupt nicht gut aus. Es sieht katastrophal aus, Alter. Warte. Reparieren wir mal mein Fahrrad. Fahren wir damit. Nein. 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 Oh. Nee. 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 Och nee. Warum ist denn da ein Baum in der Nähe? Warum ist denn da ein Baum in der Nähe? Was ist das? Wir waren so nah dran. Ich sehe ihn. Oh. Er sieht mich. Er sieht mich. Ich sehe ihn. Er sieht mich. Wir sehen uns gegenseitig. Aber da ist ein Benzintank. Und jetzt ist Siren Head dort. Und er holt mich. Er holt mich. Es gibt keinen Kommen für mich im Wasser. Ich habe keine Chance, Leute. Ich habe keine Chance. Soll er sich ruhig hier verfangen? Oh Mann. Er hat mich gleich. Er hat mich. Er hat mich. Das war's. Oder? So schnell ist er gar nicht. Oder? Ist er hinter mir her? Da lässt sich aber echt viel Zeit. Dann gehen wir zum nächsten Dorf. Safe. Hier muss was sein. Hier muss was sein. Rein laufen. Raus laufen. So muss das sein. Rein laufen. Raus laufen. So ist das. So läuft das. So läuft der Hase. Okay. Straight nach vorne laufen. Straight nach vorne. Ey. Zum Glück sind hier keine anderen Gegner, Leute. Wie Monster oder Monster. Ich glaube, ich bin ihm gerade entkommen. Ich kann mir vorstellen, es gibt noch einen Ort, wo der letzte Tank sein müsste. Oh nein. Da ist Simon Head. Weg, 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 weg. Fahr. Fahr straight. Fahr straight. Das ist doch super nervig, dass er einfach so spawnt. Habt ihr keinen Benzin? Doch. Leute, das ist das Letzte. Das ist das Letzte. Schnell zum Auto. Schnell zum Auto. Schnell zum Auto. Schnell zum Auto. Wir fahren. Wir fahren. Wir fahren. Wir fahren. Einfach danach geradeaus fahren. Nicht wahr? So muss es sein. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Tank, 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 tank. Einsteigen. Das gibt's nicht. Nein. Wofür habe ich das gemacht? Ey, das ist nicht euer Ernst, ey. Wirklich. Dass er vor Gesicht spawned, das habe ich nicht gewusst. Okay, Leute. Ich habe das jetzt wirklich sehr lange gemacht. Nur, damit wir jetzt bloß nicht nochmal von ihm erwischt werden. Also, ja. Ich hoffe, er spawnt nicht. Okay. Sieht ganz gut aus. Okay, Leute. Alles cool. Okay. Wir fliehen vor Siren Head. Leute, ich saß da jetzt wirklich noch mal eine halbe Stunde dran. Auf geht's zum Ausgang. Okay. Sind wir jetzt da? Kann ich da durch? Das ist doch der Ausgang, ne? Wo ist das Auto hin? Leute, ich habe, glaube ich, das Spiel kaputt gemacht. Okay. Ich zeige euch mal, was passieren würde, wenn man das schafft. Ich habe es geschafft. Leute, so sieht das Ganze aus, wenn man es schafft. Und bei mir jetzt einfach nicht getriggert. Okay. Man muss einfach durch den Tunnel durchgehen, wie ihr gerade sehen könnt. Fährt mit dem Auto einfach. Und dann entkommt man aus der Stadt. Aber was passiert, Leute? Wenn man diesen Tunnel erreicht, hat man es geschafft? Wait. Oh mein Gott, das ist noch mehr. Niemand haut von... Okay. Was? Man konnte nie... Man konnte nie gewinnen. Ja, und ihr seht, ich... Ich komme ja durch diesen Tunnel nicht durch. Ich weiß nicht, warum. Mein Auto ist einfach auf dem Weg kaputt gegangen. Richtig bitter. Aber ja, Leute. Das war auf jeden Fall, Leute, das erste Minecraft-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne natürlich ein Like da. Abonniert den Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eidies raus. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.